Ja moin. Hartz4TV hier auf dem Channel. Ist es okay für euch? Falls nicht Pech gehabt, müsst ihr mit Leben. Sperrt eure Kinder heute weg. Es wird sehr sehr ehrenlos. Heute wird mein Brötchen schön gebuttert. Chat auf den Box am Freitag. Ich nicht. Ich bin auch bloß hier um meine E-Zigarette zu laden. Habt ihr euch das gute Beleg zum Freitag hier den Dreck anzugucken? Ey, wenn das irgendwann meine Eltern mal sehen hier. Rückwirkend abgetrieben, wunderbar. Ich nehm dich nochmal in den Arm. Hör mir zu, was ich erzähle. Jede Zelle meines Körpers ist so glücklich bei dir. Jede Zelle fühlt sich an, als wäre ich wohl drauf. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Habt nicht mal angefangen. Habt nicht mal angefangen, weißt du? Und es ist schon wieder einfach sinnlos. Scheiße. Geh mal rein, Jets. Geh mal rein. Wir gehen rein. Abschlauchen. Jägermeister. Schlauche für die DJs. Das ist schon wieder einfach zu krank alles. Nur weil hier gefögelt wird, ist doch nicht so schlimm. Kurze Alkoholkontrolle. Hey, kennt ihr eigentlich die deutsche Nummer von Niggas in Paris? Hallo, hast du die Peps noch genommen? Ja. Da geht's nicht gut. Drei, zwei, eins, brrrrrrrr. Ey, und wenn ihr vorher die Peps genommen habt, dann redet ihr genauso mit euren Leuten. Stopp! Mendy, halt's Maul! Heute wird schräg Applaus. Halt, stopp! Was ist das für eine Scheiß-Museum? Inkasso. Ostdeutsch. Heute drehen wir richtig durch! Hey Stanislav. Deine Kassette hängt. Mal gucken mit der Ostdeutsche Wucke. Wir tanzen konzentriert. Let's stand in love, we'll give me, I'll give you all the guys and give me. Feuer jetzt hier. Alter, zieht eure Hosen zu Hause aus. Oberkörper frei, wir sind dabei. Schön, ihr Doppel-Sperr. Seine Musik ist einfach Kacke. Was mach ich, was ich raushol jetzt als nächstes? Junge, da fliegt ihr komplett die Plombe aus der Schnauze, ey. Boah! Und dann zeig mal los jetzt. Ich schließe. Wie ihr gehört hab ich vorher noch schnell selber eingespielt. Bei dem Lied haben wir uns kennengelernt damals, Stanislav und Rudislav. Danke für deinen Beitrag. Oh, cool! Ich schaue mal vor Date-Hour-Ordner, was hier noch so gibt's. Zinke-zange, zinke-zange, fick mich im Darm! Ja, ich bin jetzt wach! Schön! Ey, Stanislav, ich hab mich heute extra nochmal für die Schuhe und die Achsel analysiert. Geil, stinkt trotzdem! Wir kreuzen heute noch. Ich geh drauf! Schlauch! Ich ficke euch! Ich ess Fleisch! Nur noch Schlauch! Ich sauf Schlauch! Nur noch Schlauch! Kein Schnaps! Du Assi! Ich kratz vom Schnitzel die Panane! Ey, wir hatten kratz! Denn der Schlauch schmeckt dir so gut! Ich ess Fleisch! Nur noch Schlauch! Du Assi! Komm, I never hear you say! I just wanna be with you! Guess you never, never went my way! Bis dich! Wien! Thanks to you! Now again! Wien! 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 Hello, Barli Wivo! Mein Name ist Joel Ganner! Mein großer Bruder! Alles klar! Sag mal! Großer Bruder und ein Freund fürs Leben! Du warst immer für mich da. Oh, Alter. Halt's Maul. Oh. Bruder. Es liegt auf dem Boden und schläft. Ich weiße, ich war live dabei. Als ich den Kassos aus Deutsch getrennt habe. Philipp. Glavgut. Ey, hat hier Spaß los. Oh. Er lebt wieder. Ich war halt einfach Richard Midi-Bär. Also irgendwie umso mehr wir her sind oder sowas, umso schlimmer wird es irgendwie sein. Und ich habe gerade geschissen. Danke für deinen Support, Vortex. Er unterstützt mich mit Rat und Forts. Vielen, vielen Dank. Deutschland. Was sagst du dazu? Wunderbar. Also auf jeden Fall, wenn das hier vorbei ist, folgt mir auf MySpace. Hallo, mein Name. Mein Name ist Vortex. Nein. Nein. Grüße an alle. Ey, endlich ist hier etwas Strom aus. Gott sei Dank. Was zum KTK-Prupp. Was. What.